herzlich willkommen freunde in den geran quest ist eine insel keilerei mit doppel azuross bin ja mal gespannt wie viel schaden wir jetzt kassieren ob das wirklich so hart ist wurden schon vorgewarnt er soll wohl die sollen wohl eine menge damage machen gegen vorher ich lass mich mal überraschen kann ich mit der dönerkatze oh cool man kriegt einen gebratenen steaks geschenk ja dann solltest du meine quest auch annehmen ja jetzt bist du ready du bist gerade hingelaufen ja aber die anderen zwei sind auch noch nicht ready die brauchen ja dich als motivation ach so gut gut dann gucken wir mal ob die jetzt wirklich so böse sind ja der naturos habe ich damals zu beginn des spiels ja gefarmt weil ich die rüstung von dem haben wollte xano sagt gerade dass die vorräte von anfang an direkt da sind okay ich habe schon ein roger beide gefunden einer ist voll klein und einer ist voll groß ich bin hier direkt bei so einem stein ich nehme mal aus er ist wirklich einer groß einer kleinen was ältalit erz habe ich bekommen der größenunterschied den siehst du voll von einer hat den arsch an den arsch versollt königs garabeus gab es vorher auch schon die sache ist die ich würde gerne hier mal unterstützung kriegen ich habe ein flatterling bekommen what the fuck ich beide ja ist ja gut ich bin jetzt mal die brauchen da gar nicht suchen mussten und ich habe jetzt einfach hier vom berg und dann sollte ich ja bei dir nicht doch hier gerade nur die ganze zeit weil ich jetzt nicht als einziges target hier schau dir die beiden waren oder großen unterschied wenn das voll klein und einer ist voll groß welchen machen wir als erstes der große hat mehr life ist mir eigentlich egal ich markiere jetzt einfach einen dann wissen sie schon ich markiere jetzt dich hier und den kleinen alter der ist voll winzig tja hat jemand eine futterpalette ausgelegt alter ich prall an dem ab man sollte schon wissen dass das kein fleischfresser ist was ich prall an seinem kopf ab ich prall den wow ein tatsächlich war das denn ich gerade passiert habe ok also schaden machen sie scheinbar wirklich wow ja der macht ja auch so kombo angriffen das ist alles aber ganz ehrlich würde ich habe voll die frame einflüge wenn ich mit meiner feuerbach also ich würde bis jetzt noch nicht getroffen ist doch gut nein ähm der eine humpelt schon by the way jo den den du markiert hast aber gut der ist auch ziemlich klein muss man dazu sagen also ganz ehrlich ich hätte jetzt irgendwie erwartet dass der wesentlich mehr aushält wenn ich hier schon im voraus gesagt bekomme ja die sind so böse die sind ja auch schon wieder hier und tot aber ok komm oder so groß wo aber alter gucken jetzt wurde da so da liegt alter ist er groß massiver knochen ich denke einfach nicht dass der so viel aushält aber trotzdem dass er bloß ist irgendwo muss das ja auch ein kleines monster sein ähm äh was hat noch fleisch nein der haut ab ich sag ich mein der ist ja auch ein bär der frisst honisch und kein fleisch ja dann siehst du auch wenn er erschöpft ist geht dann diese honischzweige und ähm setzt sich hin und futtert ja sieht total süß aus ich weiß ich finde da sowas irgendwie witzig und der hat sich voll auf xano gesetzt ich kann das auch so ein cooler move von dem komm ich nehme hier grad den lootrot mit raus aber der ist so riesig mann also ich komm gar nicht mal so viel damage das war jetzt ein äh den krallenhieb danke xano ja jetzt renne xano um er lässt es einfach nicht mit dem run chargen wow der wollt mich fressen what the fuck ich lieg auf dem boden egal dadurch kann ich dodgen ich lege immer nur auf dem boden mann so ok das ging eine zume schnell ja ich hab ja auch nicht erwartet dass die so viel aushalten das sind ja immer noch die kleinen monster eben schmetterreißzahn hab ich bekommen nett ich kennst du den die so na gut das war es ja das war wirklich easy dafür dass der so einen mit herz geschoben hat ganz ehrlich jaa passt auf passt auf Okay, aber muss ich schon sagen, für einen Azoraz hat er echt guten Damage gemacht Ich glaube, die haben das Life von denen gar nicht richtig hochgesetzt Ja, aber guck mal, die haben auch eher so gesagt von wegen Weil die halt auch nur zu zweit waren Ich habe ja gesagt, so viel sind die viel schneller tot Gegengift Kraut genommen Ich kann aber nicht vergiftet werden Nein, das finde ich cool Gegengift Kraut genommen Fehlgeschlagen, trotzdem nicht vergiftet Ja, stimmt, wir müssen noch die Käfer und so sammeln Das habe ich eben ja auch gemacht beim Forscher So Oh, ich habe ordentlich was bekommen von dem Ich habe sogar Azoraz Pelz Plus bekommen Voll schien Alter, das war ein Goldgrünchen, der große Cool Nice Ach ja Es ist schon mal schöner, dass die mal endlich Damage machen jetzt Weil ganz ehrlich, ich bin mir so ein bisschen verarscht vorgekommen vorher Weil das Spiel irgendwie so einfach gegen damals irgendwie so rüberkam So, schnell die Sachen einlagern Verstauen So Ich werde gleich mal gucken, ob man was von dem herstellen kann Ja, eine Rüstung Ich will mal mal gucken, was die Standardwerte der Rüstung sind Jo, das wollte ich auch wissen Obwohl ich die mir sowieso jetzt nicht machen werde Ne, ich mir auch nicht Wir machen jetzt erstmal ein bisschen durch Ähm Rüstung Schmieden Kopf Zack Azoraz, hier 72 Death direkt Oh, ich könnte noch so kein Kopfteil machen Ja, 72 Das macht schon was her Okay Moment Den Kopf kann man machen, Monkey? Ne, ich nicht Ich brauche das für noch vier Ältalit-Erze Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mit dieser Azoraz-Quest Und sehen uns beim nächsten Mal wieder Jo, bis dahin und tschüss Tschüss